Rio de Janeiro, Drehort für eine Werbefilmproduktion mit großzügigem Budget. Zwar gibt es hier keine mediterrane Kulisse, aber die kann man ja selber bauen. Was zählt ist das zuverlässig schöne Wetter. Frei nach der Devise, ein Egoist ist jemand, der nicht an mich denkt, dachte der französische Regisseur Jean-Paul Guth an sich und die perfekte Umsetzung des Storyboards, das heißt der dezidierten Vorgabe für den fertigen Spot. Die Paresse, ist wirklich die Paresse, oder wie auch die Quaukässe? Apparemment, sie ist glücklich, sie ist glücklich. Die Paresse, ist die Paresse, ist die Watt, die sie lieben. Hurraaa! Super, wieder! Hurraaa! 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 Oh, desespoir! Sehr gut, danke! Entschuldigung, Entschuldigung! Es dauert ein wenig bis das Timing stimmt. Fonu! 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 Einige Millionen Produktionsbudget und mehrere Tage Dreh für wenige Sekunden. Entscheiden Sie selbst, ob es sich gelohnt hat. Fonu! 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 Egoist! Wo bist du? Zeige dich, du Scharke! Wer wird losgelassen? Meine O ist hin! Mein Herz! Ist nur schwer! Ich setz dich nie mal mehr! Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was wir leiden! Zeige dich, Egoist! Zeige dich! Für den Mann. Egoist! 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 Sehr eindrucksvoll, aber es geht auch preiswerter. Hier unsere 200 Marks Alternative. Egoist! 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 Vielen Dank.